Herzlich willkommen bei Digitales Leben 5. Immer mehr Menschen sind über digitale Technologien vernetzt und sie interagieren auch auf diesem Weg miteinander. In diesem Kurs werden verschiedene Aspekte des digitalen Lebens und ihre Bedeutung für unsere Zukunft näher betrachtet. Mein Name ist Fares Kayali, ich forsche und lehre zur Digitalisierung im Bildungsbereich an der Universität Wien und ich freue mich, Sie durch diesen MOOC begleiten zu dürfen. Mit je vier Lernvideos wurden insgesamt fünf Lektionen zu unterschiedlichsten Aspekten unseres Überthemas gestaltet. Wie schon in den ersten vier MOOCs dieser Serie haben wir auch für Digitales Leben 5 wieder verschiedene Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis eingeladen. Diese geben Ihnen vielfältige und spannende Einblicke in Ihre Arbeitsbereiche und ich freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Den Schwerpunkt bildet dieses Mal das Thema Zukunft. Und damit verknüpft stehen auch andere Aspekte von Zeit. Was hat uns dahin gebracht, wo wir derzeit digital stehen? Wie wollen wir mit all den Möglichkeiten umgehen, die wir technisch haben? Drei Aspekte ziehen sich dabei durch alle Lektionen. Wie können wir in einer digitalen Welt gut aufeinander achten? Wie gehen wir mit unserer Umgebung um? Und wie mit unserem Wissen? Die Beschäftigung mit der digitalen Zukunft wirft also eine ganze Menge an Fragen auf. Martin Ebner wird uns in Lektion 2 einen Überblick über die Entwicklung der digitalen Lehre geben und damit auch einen Blick in deren mögliche Zukunft werfen. In Lektion 3 werden wichtige Reflexionsfragen angesprochen, die sich an einige der Praxisbeispiele unseres MOOCs richten lassen. Michael Funk führt uns dazu in die Technik, Ethik und Wissenschaftsphilosophie ein. Um Roboter und deren Interaktionen mit Menschen und viel wichtiger umgekehrt, wird es in der von Astrid Weiss gestalteten Lektion 4 gehen. Sie hat dazu auch einige spannende Forschungsbeispiele mitgebracht, die die Herausforderungen in diesen Interaktionen beleuchten. In Lektion 5 werden viele der anderen Lektionsthemen aufgegriffen und aus einer künstlerischen Perspektive betrachtet. Gerfried Stocker wird einerseits aus seiner Praxis als Medienkünstler berichten und andererseits auf die Verschränkungen von Technik, Kultur und Gesellschaft eingehen. Abschließend werden wir mit einigen Fragen, die nicht nur die digitale, sondern auch die gesellschaftliche Zukunft betreffen. Über prägende Aspekte digitalen Lebens für Jugendliche, vor allem bezüglich sozialer Medien und Aktivismus, wird uns dann Matthias Jax in Lektion 6 aus seiner Beratungspraxis heraus berichten. Wie Sie also vielleicht schon bemerkt haben, kreist der 5. MOOC also gar nicht nur um Zukunftsfragen. Er konzentriert sich auch stark auf die Reflexion des bisherigen digitalen Wegs und auf Überlegungen, ob oder wie wir auf diesem Weg aufbauen können. Ich lade Sie ganz herzlich dazu ein, sich an dieser Diskussion auch in unserem Forum zu beteiligen und ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Spannung mit den Inhalten. Und übrigens, mit welcher Lektion Sie beginnen, das bleibt ganz Ihnen überlassen. Falls Sie die vorherigen Digitales Leben Kurse noch nicht kennen, auch dort gibt es viele spannende Aspekte zu entdecken, mit denen Sie Ihr Wissen zu den hier besprochenen Inhalten vielleicht noch ergänzen könnten.